Zu einer Band, die hat noch nicht einmal einen Namen, aber sie ist trotzdem richtig berühmt in Deutschland. Bisher war ich mir sicher, dass es sich dabei um zwei Jungs handelt. Seit dem letzten Video, ah, ich weiß nicht mehr so richtig, denn da spielen die Jungs plötzlich Frauen. Girl for a Day heißt das Video und die interaktive Milka macht auch noch mit. Heute Abend haben die drei Premiere und wir freuen uns sehr, dass sie heute unsere Gäste sind. Girl for a Day und die Band ohne Namen. Ich hab den Traum, dass ich die Mädchen dann verstehe, wenn ich nur die Welt einmal mit ihren Augen sehe. Wieso sagt sie dies? Wieso macht sie das? Will sie wirklich nichts? Will sie wirklich was? Ich will doch nicht viel, nur eins, ein Tag, ein Mädchen sein. Ich hab so viele Fragen, die ich mich nicht wage zu fragen und die mich trotzdem klagen. An manchen Tagen, ich muss sagen, wenn ich ein Tag nur ein Mädchen wäre, dann würde ich ein für alle Mal die Fragen führen. Zum Beispiel, kann man wirklich auf Haar-Yields okay stehen? Muss man wirklich auf Klo immer zu zweit gehen? Zwei Stunden am Tag beim Spiegel stehen? Und wieso kommen alle Mädels immer zu spät? Wenn ich die Chance hätte, einen Tag ein Mädchen zu sein, dann seh's ich nicht nur allein. Ich wurde das Schönste bei meiner Mutter und ihr ganzes Papun annehmen. Mir ins Schmuck anlegen und am rausgehen, auf irgendeine Party gehen und es krachen lassen. Jungs anmachen und Mädels anlachen und dennoch abends ins Bett fallen und mich drauf freuen, am nächsten Tag wieder ein Mann zu sein. Ich will ein Mädchen sein, nur für ein Tag, ein폰, ein paar Drei, ein Vargas und irgendwo ankommen. I wanna be a girl, a girl for me Ich hab den Traum, dass ich ein Mädchen bin Ein Tag, dann weiß ich ganz genau, was ein Mädchen mag Wie muss man sie berühren und muss man zärtlich sein Und wenn sie nein sagt, meint sie ja Und wenn sie ja sagt nein So, 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 du wirst ein Mädel ein Tag sein Denkst du schaust in unserem Leben mal einen Tag rein Dann wird dir alles klar sein, lässt dir gesagt sein Als Mädel musst du stark sein Und ich erinnere dich, Jungs sind innerlich eher zöberlich Also wie würde so ein Tag wohl aussehen? Du würdest aufstehen und rausgehen Und würdest probieren, dich zu schminken mit Hautcreme Und danach dann auf deinen Stöckelschuhen beinahe draufgehen Und überhaupt, was hast du geglaubt? Dass man an einem einzigen Tag alle Mädels durchschaut Und kaum, also bleibt dein Mann und denkt daran Das Leben bleibt spannend, wenn man nicht alles wissen kann Ich hab den Traum, ich hab den Traum, ich hab den Traum Und dann will ich jetzt hier princesses Ich hab den Traum, ich hab den Traum, ich hab den Traum, ich hab den Traum. Dankeschön! Dankeschön! Vielen Dank, grüß dich. Du bist für dich böse, wenn ich jetzt mal kurz den Jungs eine Frage stellen muss, den mich als Mann natürlich schon interessiert. Beine rasiert fürs Video? Ernsthaft? Ja, wir haben uns die Beine rasiert fürs Video, aber ich hoffe, dass bis am Montag, wenn die Single rauskommt, sie wieder vollständig nachgewachsen sind. Ja, Moment, Moment, darf ich mal sehen? Wow! Es fühlt sich aber schon immerhin noch sehr geschmeidig an, muss ich sagen. Also, ich danke euch ganz herzlich. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine kleine Unterbrechung. Dankeschön! Dankeschön, Kollege Arena! Bis gleich!